Hallo ihr Lieben, hier ist der Michael von jetztselbstsicher.de. Ja, du bist auf dieser Seite, weil du dich für das Thema Selbstsicherheit interessierst, Selbstbewusstsein in irgendeiner Form. Es ist nur so, dass diese Seite von mir nicht mehr betreut werden kann. Ich muss mich anderen Projekten widmen. Es ist einfach mir auch zu viel geworden. Du findest noch eine ganze Menge auf meinem Blog, auf meiner Seite, auf meiner Facebook-Seite, auf meinem YouTube-Kanal. Jede Menge Videos mit Tipps, mit allen möglichen Infos und allem, was dir weiterhilft. Du kannst mich auch jederzeit gerne für ein Coaching buchen. Dann rufe mich einfach an oder schreib mir eine E-Mail und frag einfach an, was du genau möchtest. Wir können gerne ein Coaching ausmachen. Aber es wird eben jetzt keine neuen Selbstsicherheitsprodukte mehr geben etc. Ich muss mich einfach ganz dringend anderen Projekten widmen und deswegen ist hier leider dafür nichts mehr da. Ich bedanke mich bei allen, die mir die Treue gehalten haben, bei all denen, die mich unterstützt haben. Und es war eine ganze Menge. Und natürlich auch bei all denjenigen, die bei mir etwas gekauft haben, sei es ein E-Book, sei es ein Kurs oder Ähnliches. Und jetzt herzlichen Dank dafür. Ich wünsche euch allen, allen alles Gute, alles Liebe für die Zukunft. Ich wünsche euch ganz viel Kraft, Mut und Selbstsicherheit. Jeder hat es verdient, selbstsicher zu sein. Und wie gesagt, ich bin im Zweifelsfalle für dich da. Schreib mich einfach an und wir schauen, wie ich dir helfen kann. Alles Liebe, alles Gute. Herzlich, dein Michael. Herzlich, dein Michael.